Seit mehr als zehn Jahren prämiert der Deutsche Akademische Austauschdienst, DAAD, internationale Studierende an deutschen Hochschulen und honoriert besondere Leistungen und Bemühungen um interkulturellen Austausch. 2021 erhält Norma Sevilla Castillo den DAAD-Preis. Vor drei Jahren kam Norma für den englischsprachigen Studiengang Water Engineering an die Hochschule und schließt in diesem Jahr mit einem Master an. Und wenn Sie die Möglichkeit haben, die Sprache zu lernen, dann auch machen Sie das. Das wäre eine große Vorteile. Und wenn Sie hier nach Magdeburg zu studieren, in der Universität der Applied Science, ich würde definitiv sagen, dass Sie in Kontakt mit dem internationalen Office, denn es war etwas, was mir wirklich geholfen. Der BODY-Programm, Sie können sich auch dort enrollern. Sie assignen Sie einen deutschen Studenten, das will helfen Sie zu kennen die Stadt, das will helfen Sie zu entwickeln. Die Universität auch unterstützt Sie mit diesen Dingen, so ich würde wirklich empfehlen Sie sich in Kontakt mit dem internationalen Office. Kulturelle Differences, ich würde sagen, dass zwischen Deutschland und meinem Land, es gibt viele. Ich würde nicht sagen, dass es nicht gut oder schlecht ist, denn es gibt verschiedene Länder und andere Kulturen, es ist total gut, dass alle ihre Leben wie sie wollen. Aber wenn ich hierher kam, ich würde sagen, dass in meinem Land, in Lateinamerika, wir sind eher aktiv, und ich würde sagen, dass es ein bisschen ruft und alles ist, und das war etwas, was mir wirklich beeinflusst, oder mich beeinflusst, denn die Deutschen tenden zu sein, wir sind ein bisschen ruhig und ruhig, und wir sind mehr über die Gespräche, und wir sind mehr über die Gespräche, und die Deutschen sind ein bisschen schade, so das war etwas, was mich beeinflusst, als ich hierher kam, aber ich glaube, es hat mich nicht verhindert. Was ich wirklich liebte über Magdeburg, ist eine wirklich grüne Stadt. Es ist etwas, was ich nicht gesehen habe, in der Stadt, in meinem Land, denn es ist die Hauptstadt, und hier, überall wo du gehst, gibt es einige schöne, grüne, man kann einfach nur, zum Beispiel die Universität, ich kann nicht sagen, genau, ich habe sehr viele Plätze, ich mag, aber alles ist grün hier. Ich würde sagen, das ist etwas, was ich wirklich liebte, weil man sieht die Nationen, man sich in der grün, das ist etwas, was ich wirklich liebte, von Magdeburg. Was kommt in mir, erst, direkt, wenn ich mich über meine Studie ist, diese sehr schöne Erfahrung, ich hatte, meine Studie mit internationalen Menschen, weil man wirklich lernen, wie es in anderen Ländern gibt, wenn man hier kommt, und ich bin hier, weil mein Master ist ein internationaler Master, es gibt Leute von überall in der Welt, also ich bekomme, auch über die Kultur, auch über die Dinge, die da gemacht werden, oder auch über die Dinge, wie es da gemacht werden wird, zum Beispiel in der Umgebung des Wasser. Das war für mich etwas sehr schön über meine Masterstudien, weil man diese Erfahrung nicht überall bekommt, also die Möglichkeit hier, ein Gruppe von Leuten aus verschiedenen Ländern zu erinnern, um die Erfahrung zu erinnern, um die Erfahrung zu erinnern, ist etwas sehr schönes, das ich über meine Masterstudien liebte. Für Fragen rund um Partnerhochschulen, Fördermöglichkeiten, Buddyprogramm und Co., steht das International Office jederzeit für euch bereit. Auch online unter h2.de slash international. Das International Office 1 2 2 3 3 4 5 4 5 6 6